Die Wüstenstädte der Nabatea Die Ruinen der Wüstenstädte der Nabatea liegen im israelischen Negev und die ehemalige Hauptstadt, Petra in Jordanien. Die Nabatea-Städte an Weihrauchstraße wurden 2005 zum Welterbe erklärt, Petra bereits im Jahre 1985. Hintergrund Das Volk der Nabatea, Griech. N., war ein Nomadenvolk, welches im 1. Jahrtausend v. Chr. aus dem Gebiet der arabischen Halbinsel in die Wüstenregion südlich des Totenmeers einwanderte. Im 6. J.D.T. v. Chr. wurde die Region um Petra von den Nabatean besiedelt, dann breiteten sie sich in der Negev-Wüste aus. Vom griechischen Historiker Hieronymus von Kadia wurde 312 v. Chr. über das Volk der Nabatea berichtet, Sein Werk wird von Diodorus als Quelle zitiert, dass es sich dabei um ein in den östlichen Provinzen zwischen Syrien und Ägypten lebendes Volk von Räubern handle, welchen nur schwer besiegbar seien, da sie im Land ohne Wasser die Standorte der Brunnen vor allen geheim halten. Im 1. J.D.T. v. Chr. schreibt Diodorus Sikulus in seiner Universalgeschichte, dass die Nabatea, Apostroph weder Korn oder andere früchtetragende Bäume anpflanzen, noch Wein trinken, noch bauen sie irgendwelche Häuser. Sollte jemand gegen diese Regeln verstoßen, so wird dieser mit dem Tode bestraft. Obwohl es viele arabische Stämme gibt, die Schafe in der Wüste halten, übertreffen sie die anderen bei weitem an Reichtum, obwohl sie nicht viel mehr als 10.000 Personen zählen. Viele transportieren Weihrauch und Mürre und auserlesene Gewürze zum Meer, die sie von einem Land bringen, das man Erebia Felix nennt. Apostroph Geschichte Früh-Nabateische Periode Die Nabatea pflegten ursprünglich einen nomadischen Lebensstil und lebten als Viehhirten und Händler in Zelten, Überreste von Zeltlagern wurden in Schaluza und Adat entdeckt. Auf diese Zeit bezieht sich Diodor mit seinem Bericht, dass die Nabatea auf den Anbau von Korn- und Obstbäumen verzichten, keinen Wein trinken und keine Wohnhäuser bauen, und wenn einer entdeckt wird, der es trotzdem tut, wird er zum Tode verurteilt. Die Nabatea sammelten den im Bereich des Totenmeeres aus der Erde tretenden Asphalt und trieben damit Handel bis nach Ägypten, wo er zum Einbalsamieren der Toten verwendet wurde. Der Historiker Hieronymus von Kadia wurde unter Demetrius, Sohn des Antigonus Imonophtalmos, zum Aufseher über die Asphaltgewinnung eingesetzt und beschreibt die Schwierigkeiten, die Nabatea zu unterwerfen. Periode des Nabateischen Königreichs Die Nabatea übernahmen mit ihren Karawanen den Transport von Gewürzen und Räucherwerk aus dem südarabischen Raum durch die Negev-Wüste ans Mittelmeer, den Hafen von Gaza und die Küstenstraße zwischen Ägypten und Syrien. Gemäß dem Bericht von Plinius dem Älteren wurden diese Waren auf einer 2384 Kilometern langen Karawanenroute mit 65 Kamelstationen transportiert, durch die zu leistenden Abgaben für den Transport, Futter und Nachtlager der Karawanenführer und Weckzölle wurden die Waren zu Kostbarkeiten und die den transportsicherstellenden Nabatea gelangten zu Wohlstand. Die Karawanenstationen wurden mit festen Gebäuden, Zisternen und Wehreinrichtungen gesichert und zu Siedlungen ausgebaut. Einige davon blieben als Ruinen erhalten und werden als Nabatea-Städte bezeichnet. Die Karawanenroute erhielt aufgrund des Transports von Weihrauch und Mürre den Namen Inzensroute, Weihrauchstraße. Unter den Königen Aretas I und Aretas II sowie Obodas I und Rapel I einigten sich die Nabatea wohl ab Mitte des zweiten J.D.T. vor Christus zum Nabateischen Königreich. Nachdem die Römer versuchten, die Transporte auf der Weihrauchstraße durch die Karawanen der Nabatea auf dem Weg durch Ägypten zu umgehen, kam es unter Malitschuss II zum wirtschaftlichen Niedergang. Unter dem Nachfolger König Rapel II wandelten sich die Nabatea durch Entwicklung von Rückhaltedämmen und Bewässerungssystemen zu fachkundigen Landwirten und Weinbauern. Spätnabatäische Periode vom 1. – 3. J.D.T. Nach Christus, ab dem Zeitpunkt der Eingliederung des Nabatea-Reiches in die römische Provinz Arabia im Jahre 105 Sechstel nach Christus unter römischer Herrschaft entwickelten die Nabatea die Landwirtschaft und Bewässerungstechnik weiter und erbauten Siedlungen und landwirtschaftliche Gehöfte. Die nabatäischen Gottheiten wurden an die griechisch-römische Götterwelt angepasst, so wurde aus der Gottheit Obodas die wichtigste Gottheit Zeus Obodas und die Göttin Allat wurde mit Eigenschaften der Göttin Aphrodite in Einklang gebracht. Byzantinische Periode – Etwa im 4. Jahrhundert schlossen sich die Nabatea dem Christentum an. Spätinische Periode – Etwa im 4. Jahrhundert schlossen sich die Göttin Allat. Untertitelung des ZDF, 2020